Kötzen und Amandas Das war sehr gut. Noch mal eins. Noch drei. Eins, zwei, drei. Was soll man was sagen? Hallo ganz und gar nichts, Alter. Ich weiß was. Noch nicht, Erik, noch nicht. Los. Weißt du noch mal? Kolzen und ablegen. Kolzen und ablegen. Kolzen und ablegen. Eins, zwei, drei. Kolzen und ablegen. M.O.R. is sick. The real. Jetzt lasst euch Lägerei machen. Habt ihr Lust noch mit uns zu campen? Wollen wir noch so tun, ob wir campen? Check die Kolzen und ablegen Tour. Yeah. Einer von uns einfach und ein anderer geht dann noch mal hin und sagt so, okay, so jetzt erkläre ich das noch mal richtig. Kopzen und ablegen. Und jetzt ganz herzhaft lachen. Lachen Sie mal. Danke schön. Zas. Meine Frau. Nein. Wie soll ich denn machen? Komm jetzt hier rauf. 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 Komm wenn ich hier rauf rauf rum und da rauf rauf. Hier. Jetzt müssen wir ein bisschen kickstiefeln, wie Kix hier irgendwas macht. Kix, komm mal so aus dem Loch da hinten raus. Die Leute denken richtig, Kix hier unten im Loch, aber damit diesen schönen Klamotten auch. Wir fahre da hinten mit der Sau auf der Leiter. Sprich mal einfach von der Sau, Alter, nur selbst in die Kuss. Will ich mich noch weiter aufnehmen? Wenn ich darf. Bitte, bitte. Wie heißt die Tour nochmal? Was? Wie heißt die Tour nochmal? Ah, ich hätte das vergessen. Muss ich das nochmal sagen? Ja. Schon wieder? Ja. Na Gott noch eins. Kotz und Abblick, Tour 2003. Mit? Ja. 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 Ja, ja... mitä y mimozernis? Was tut es denn? Äh? Noch engel Kommen Sie doch vorbei am 7.4.? Was wird denn da gemacht? Ja, wird direkt Das ist alles Treffer Können wir ja mal Kommt hier mal vorbei Alles klar, die Haschinen Einfahrt Tschüss Tschüss Bis zum nächsten Mal. Mammut? Was hast du heute alles da abgeräumt? Handy. Wie viel soll Mammut bezahlen für das Telefon? Wie viel sollst du bezahlen? 6 Euro. Für das alte? Nein, ich werde aber nichts bezahlen. Echt? Natürlich. Mammut, du hast dafür nichts bezahlt. Kein einziger Pfennig. Sei mir auch nicht so gemein. Schenk mir das mal. Dann kommt der noch schmierig ganz wilde Sachen geschenkt. Komm, du brauchst doch gar nicht. Gib mir das doch. Schau mal, dass tausend Mark kommst. Der will aber einfach nicht arbeiten in dieser Zett, Alter. Der ist wirklich, Alter. Warum? Ich gebe das mal keinem. Was ist das? Warum soll ich den geben, Zett, Alter? Aber das ist doch perfekt, Mann. Das ist mir gerade im Arsch gegangen. Auf einmal passt es wieder perfekt. Mann, Zett, du bist einfach geistern. Bitte, Alter. Bitte, warum bist du so größt und warst nicht, Alter. Ich bin jetzt sowieso noch Geld von Mammut eigentlich. Warum bist du so größt und warst nicht und du liegst alles so, Alter. Das ist perfekt passt für dich, Alter. Aber ich sowieso noch bisschen Geld von Mammut. Ich habe gerade hingelegt, Alter. Du bist doch so ein Idiot, Alter. Was denkst du über Zett gerade? Ich sage mal, Zett. Tut mir leid. Ich würde jetzt sehr gerne mal auspacken, aber ich kann gerade nicht, Alter. Ich kann gar nicht. Ich bin jetzt gut esalia. Ich habe gerade schon geistert. Nichts, Alter. Ich habe jetzt geil sein. Ich habe in México. Ich habe in México. Ich habe in México. Ich habe in México mal von Mammut. Ich habe in México. Das war's für heute. Hey Louis! Das war's für heute. Ja! Guck, 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 Guck! Yeah, yeah. Yeah, yeah, homie. Yo, we can go, we ready. I want everybody to get fucking corpish. Halt, let's start this. I think I picked a wrong week when I fed a weeks. Wir haben badgeräu, um ein paar Ade zuzzeln cooperation. Wir haben badgeräu, wir haben ein paar passeierd. Man liefst du da an! Das war's für heute. Musik Ja, wir sind hier in der Wolltap, y'all zu sagen. Ja, wir sind hier in der Wolltap, und wir sind hier in der Wolltap, und wir sind hier in der Wolltap. Ja, wir sind hier in der Wolltap, und wir sind hier in der Wolltap, und wir sind hier in der Wolltap. Ja, wir sind hier in der Wolltap, und wir sind hier in der Wolltap. Ja, wir sind hier in der Wolltap, und wir sind hier in der Wolltap, und wir sind hier in der Wolltap. Ja, wir sind hier in der Wolltap, und wir sind hier in der Wolltap. Ja, wir sind hier in der Wolltap, und wir sind hier in der Wolltap. Ja, wir sind hier in der Wolltap. Ja, wir sind hier in der Wolltap, und wir sind hier in der Wolltap, und wir sind hier in der Wolltap. Ja, wir sind hier in der Wolltap, und wir sind hier in der Wolltap. Ja, wir sind hier in der Wolltap. Ja, wir sind hier in der Wolltap. Anließe Horror, Horror, Rap, THK, das Ein-Mann-Horror-Team, vom West-Berlin bis Stuttgart. Verbreite ich Schrecken, breite ich schlafen, schicken kann ich nicht meine Kraft von Silvester aufwecken. Was willst du mir verständlich unterdenken, denn ihr seid alle schwach, ich mache Krach, ich bin sachlich und seriös. Ich mache dich mit meiner Frau Grün Stimme nervös, THK,Bob S' mein Name und du wirst poureus. Du brichst auseinander, ich bin THK,Bob S' und du hast dich mit allem beieinander, ich bin ein Mann und du bist deine Frau, Ich bin schlau, du bist drün und ich bin 650 Spaß, ich mache nicht Plat, du ger Country, und jetzt liebes raus. Der Beat von einfachen Gangster und hier bin ich PAK, der Gangster des Strikes. Seit den Abzeiten hat sich nichts geändert. Bruh, ist Möp, nicht mehr und nicht weniger. Ich bin der Bell King, TH Party, IOS. Aber ich sage dir lieb, wer ich bin und wer du bist. Du Huretsohn, deine Person von Brandness. Abio, Rundsack, komm. Man nennt mich taglos. Ich stelle sicher den dreckigen Huretsohn. Der ist was vom Zuhänder. Ich spreche los der Däne, denn ich sage, Fick die Hirsch, was darfst du? Zumal die Unterdruckens bedeutet es nicht, dass ich deine Müll kaufe. Was glaubst du? Nur weil ich Unterdruck mit bedeutendes Zink, dass ich deine Musik verschenke? Gangster-Buddy, 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 Gangster! Ich werde mal kurz was auf eine Schuhe geben. Ja, stimmt, komm rein. Ich werde mal kurz was auf eine Schuhe geben. Und ein R2H8-Revelation, die Hip-Hop-Culture-Manifestation. Für mich, FCB, das ist eine Invocation zu den Powers der Hip-Hop-Movement. Von der... Ich habe schon mal einen Scheiß gebaut. FCB, 88, du nix. Eben, mein E-Mail. Nix! Mach mal die Kippe aus, Martin! Das ist schön! So they don't feed back. Ja? Ich kann viel mehr von diesem. Ich habe die Wrong Week mit Anfetamins. Ja? Drehmann wostende. Ja? 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 Vielen Dank. 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 Okay. 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 Du hängst hier richtig ab. Okay. So wusste ich das, Olli, was los. Olli, was los. Was? Was? Okay. Olli, was? Das war's für heute. Okay, so ein Exklusiv, die aufladen, die waren Timo oder Timo Pech, die sollten im Prinzip schon mal am Set sein. Illuminaten und Chemnitz, verbraucht wie viel, verratzt, zerpeilt, verwelkt, versaut. Was ich dank damit, ich werde nicht bleiben, das sind wir Taten, ich werde nicht verheilen. Was für ein Zahn zum Bauch ist das? Ja, haben wir in den großen Haar hin und haben vorbeigelaufen. Ja. Sie zeigen dir, wie es eigentlich macht. Machen wir das, wie es da oben geht. Machen wir das, wie es da oben geht. Da ist es, Alter. Ja, wollen wir auf den Kopf? Jetzt wohin, habe ich gesagt? Bis hier war das nur, Alter. Noch ein bisschen höher, Alter. Das war schon bis hier. Aber du musst richtig, damit es hier rausfällt. Du hast Fanny in der Serie. Hold the camera, hold the camera. Man, warum? Warum so auch, Alter? Das ist echt sehr verrückt, Alter. Wir sind live, live, all over the world, man. Germany, everywhere. They look like they want to have with the bank. They look like the real old sheep. Top to bottom. Wow. The black sheep. Ghetto ducks. Why is only no white? It's one white right there. Yeah. Pure blood. He's the last pure blood. Everybody else, indigenous ducks. Where are we, here? R-Futter? Dumprath. R-Futter. 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 Wurstchen. The last. Ganz schön lang. Klingt so gut. Klingt gleich überwürdig. Technik doch, Alter. Yeah! 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 Okay. Okay. Zeig mal, Oli. Nice. R-Futter. Stage people. Stage people. Ich mag nicht so Leute, wie immer. Especially dort. Das hört man doch ab. Ich hab ja die Maxi zu Hause. Das ist neues, aber. Ne, das ist ein altes. Ey! Ey! Mann ey! Hast du eine Empfehlung? Ich hab ja die Maxi zu Hause. Hast du eine Empfehlung? Ich hab ja die Maxi zu Hause. Hast du eine Empfehlung? Ich hab ja die Maxi zu Hause. Ich hab' ja die Maxi zu Hause. Hunger! Ja? Dann geht's was. Es schmeckt dich. Find mir mal eine Ding, die es geschmeckt hat. Wie? Zeig mir mal eine Ding, die es geschmeckt hat. Magst du das denn? Ja. Guter Mann, guter Mensch, ja? Guter Typ, ja? Ja. Er ist der Typ, guter Typ. Ich komme gut aus. NAMG Jcair. Das war Dr. Kloch. Project Blonde. Project Blonde. Louder. Project Blonde. Project Blonde. And it don't stop. Make some motherfuckin' noise. Das war's für heute. Die Stimme ist in der Mitte. Lektisch da jemand die frange macht. Da! Da! Da, da, da! Ich bin ein nigger, das ist so viel von einem Pop-Kraisen geworden. Ich bin nicht amazen, dass wir die Blockade von den Angry Maw haben, vor dem Breakfast haben, Röntgen Eggs und den Mangey Dong. Aber das ist ein Röntgen von der Röntgen. Ich würde gerne an den Röntgen von der Röntgen von der Röntgen von der Röntgen von der Röntgen. Arrogant Americans, die sich in der 3rd-Personen in der Röntgen sind, kann ich nicht ein Worten, aber ich kann es nicht sagen, dass ich einen Hip-Hopper sagen kann, dass ich das Piss-Poor. Ich bin mirihiliert. Willkommen zu werden. Willkommen zu werden. Was ist Deutschland? Was ist Deutschland? Nein? Was ist Deutschland? Ja. Aaaaaaah! I'm fast, I'm fast, I'm fast! We're ready to go, we're ready to run! Just AC. Marsch. Hey, he's telling me, Marsch. What is my label? What is my label, baby? What is my label, baby? For my label. It's hot, baby. It's hot here, baby. It's hot here, baby. He's doing it. It's funny, I was doing it, but it's really funny. It's funny. I love you! I love you! I love you. I love you too, baby! I love you too, baby! I love you too, baby. I love you too, baby! Das war's für heute. Wenn du nicht aufsachen willst, dann geht's nicht auf den Laber Auf eure Kasabas zu übeln, den Böschen zaubern Fülle, den Böber, den Böber, den Klassiker zu viel auf Da weibst du dich auf, da hat man über und sucht, dass der Fische Sieg, der Fall, schau, da, hängte ich nicht auf, ich glaub' nicht lauter Wir haben uns keine, die Leichtverschmerzen, sind alle auch eine Soberbote, bitte der Tabale Alle wollen super raus, wir haben ein Eis Du bist alle ein Züberschmerzen, weil sie den Hör auf der Sitz Du hast meine, die Leichtverschmerzen, sind alle auch eine Soberbote, bitte der Tabale Autos, Pussies, Pitwoods. Echt? Und dann komm zurück in und die nächste Liste wird so. Und dann komm in und drücken und dann gleich, und jetzt die Backhart selber. Ja, das wird mit dir nacht reinschen. Auf THIS kanske. Ja. Wie ich da einfach which art und ich bin. Ja, die mark 연 allzwangan Maßnahmen. Ja, die also Called Mu expanding der Rode deiner Part. Das darf ich her, aber dann soll ich das. Scheiße! 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 Ja! Vielleicht! Pierre Pries und... Lex Parker! Lex Parker! Was wollen wir auch machen? Er macht den Olschetten und ich mache die Aero. Und ich mache den Winnetou. Er macht so eine Schöne, guck mich so. Okay. Ja!